So, wir sind wieder in Dara Will. Und ja, es hat einige Verletzte gegeben hier gerade und ich habe keine Krankenbetten eingerichtet. Deswegen liegen die in den normalen Betten und bluten alles voll. So, ich hoffe, ich habe noch Medizin. Habe ich natürlich auch nicht mehr. Ich hoffe, dass die das irgendwie schaffen. Ich habe hier das Xeridium zwar angebaut, aber ich habe ganz, ganz schlechtes Gerät. Das Gefühl, also da wird es auf jeden Fall noch mal Probleme geben. Mal schauen, was er hier hat. Gut, er ist nur gestoßen. Das erholt sich wieder, solange der nicht blutet. Explosion, Explosion, Leber. Ja, der wird sterben. Mit zwar nur leichten Blutverlust. Ah, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir das. Ich glaube es aber nicht. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass das klappt. Schauen wir mal. Warten wir einfach mal ab. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal wieder überall Licht. Ich glaube hier, so viel Licht brauchen wir gar nicht. Vor allem nicht im Forschungsraum. Bauen wir unten ein Licht. Bauen wir die beiden Lichter mal ab und sparen Strom. 21 Grad. Ich probiere jetzt mal, hier zu deaktivieren. Ob das denn immer noch reicht. Denn ich muss unbedingt mal ein bisschen Strom aufladen. Wir haben hier gespeichert. Soweit die anderen Räume haben auch alle 21 Grad. Das ist okay. Ah, der Glamoury kann zumindest laufen und versorgt sich selber. Okay, ist doch schon mal was. Ja, okay, er geht ins Krankenbett. Warum fehlt hier eigentlich ein Stück Wand? Was ist das denn? Was ist da? Was war da denn los? Äh, Strukturen, Holzwand. Zack. Oh, eine Vorkurtskapsel. Sehr gut. Ah, Mist. Ich hatte gehofft, dass Medizin drin ist, aber war nicht. Ich habe ja eigentlich massig Kohle. Das heißt, ich könnte jetzt mal schauen. Okay. Ja, mir geht es sofort, sobald die Sonne untergegangen ist. Geht bei der Strom. Ja gut, 0 Uhr, da ist schon ein bisschen vorbei. Wie kalt ist es? Minus 5 Grad. Ja, es wird langsam nämlich echt kritisch bei uns. So, ich schalte auch hier mal eine Klimaanlage ab. Denn ich denke, dass bei der Kälte eine Klimaanlage reicht. Oh, schau, der andere hat sich schon wieder erholt. Der Ben isst jetzt draußen, weil er keinen Bock mehr hat. Okay. Habe ich jetzt überhaupt noch irgendwelche Leute, die forschen können? Ja. Aber forschen machen alle. Okay. Oh, die nächste Vorratskapsel. Sehr gut. Was ist das denn? Boom, Rattenfleisch. Cool. Stimmt, total, total widerlich. Jetzt liegen hier... Habe ich jetzt keinen Jäger mehr? Oh, tatsache, ich habe keinen Jäger mehr. Aber der Ospern kann zwar jagen, aber dazu sollte er... Der ist raufbeult und genau, das hatte ich ja vorhin auch schon. Da muss der Ben das machen. Was hat der denn? Äh, Charakter. Der kann nicht schießen, aber das ist nicht schlimm, dass der nicht schießen kann. Und dann lernt er es eben. Der ist auch raufbeult. Ja, das hilft nichts. Habe ich jetzt echt zwei raufbeulte? Benjamin Frick. Ach, der Glamoury. Der Glamoury kann das doch auch machen. Ist der Glamoury ab sofort unser neuer Jäger? Der Ben nicht. Und der Glamoury bekommt dann... Ein Gewehr. Oder die Pistole. Glamoury. Take the gun. Zack. Oh, hier wird das Muffalo geschlachtet. Also ich glaube, mit dem Essen komme ich über den Winter. Ich gehe auch davon aus, dass hier irgendwann mal noch... Ähm... Wow. Äh, dass hier irgendwann mal noch ein Schiff vorbeikommen wird. Wo ich mir ein paar Sachen kaufen kann. Wollte ich die hier nicht eigentlich zähmen? Doch, die wollte ich zähmen, wenn sie... Tierpfleger. Genau. Eins männlich und eins weiblich ist männlich. Weiblich. Sehr gut. So. Zähmen. Zähmen. Dann kann ich nämlich schon mal Tiere züchten. Einen Muffalo-Stall kann ich mir dann bauen. Das ist gut. Das dürfen die gerne probieren. Red mit dem Muffalo. Oh, hier. Fütter das Muffalo. Jawohl. Zähmen und viel geschlagen. Egal. Oh, die haben sogar mal ein bisschen sauber gemacht hier. Ah, jetzt geht wieder der Strom aus. Ich weiß ja, eigentlich nicht so schlimm, dass der Strom ausgeht. Dann kann... Da fehlt. Ah, komm. Der Skinder. Wir sind nicht lange ohne Strom. Und solange ich schlafe, ist das eigentlich noch egal. Solange es hier drin... Ja, es kühlt halt hier drin dann stark ab, ne? Hier nehmen sich natürlich immer das beste Essen. Man sieht das auch, genau. Äh, hier. Luke seriös gemütlich. Da war der gerade, genau. Und hat eine leckere Mahlzeit gegessen. Bringt ihm auch gute Stimmung. Ja, Käthe geschlaffene. Saar verbündet gestern. Ja, das ist Pech. So, wir müssen jetzt... Im Winter kann man relativ wenig machen. Deswegen... Tja, ne? Müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie über die Runden kommen. Man kann ja kein Holz essen. Okay, da habe ich Schussgeräusche gehört. Da hat dann halt jemand wieder gejagt. Aber es ist technisch, sieht es ganz gut aus. Wir haben 94 normale und 26 gute Nahrungen und noch einiges auf Tash. Ja, die Pflanzen hier werden eingehen, aber das ist egal. Wie schaut's mit dem Xerium? 66 Prozent? Ne, das schafft es auch nicht. Egal. Dann nehmen wir die Wachstumsphase vom nächsten... Ja, oh, September. Es ist ja September, ne? Und die Wachstumsphase wird wahrscheinlich nicht vor Mai beginnen. Das heißt, wir müssen eventuell auf Hydrokulturen umsteigen. Aber vorher brauche ich jemanden, der mal exklusiv forscht. Da soll... Das hat eigentlich eh nichts zu tun. Mal sehen, könnte der Glamoury eigentlich mal ein bisschen forschen. Ach, die haben sogar schon ein bisschen forscht. Aber das ist doch was Schönes. Ich habe auf jeden Fall schon mal genug Baumaterialien. Das ist schon mal gut hier oben. Das Licht kann ich eigentlich auch ausmachen. Denn in der gefangenen Kabine, in der keine Gefangenen sind, brauche ich erstmal kein Licht. So, und hier im Krankenhaus machen wir auf jeden Fall auch noch meinen anständigen Boden rein. Warum bauen die die eigentlich nicht fertig? Ach, Marmor. Oh. Okay, wir haben keinen Marmor, deswegen. Geil, Hopfen. Ah, da forscht der Skinner doch. Sehr gut. Das heißt, wir können hier das Geokraftwerk, das hier nehmen wir auf jeden Fall. Oh, warte mal. Tscho, tscho. Da haben wir auf jeden Fall. Ich lasse die Tiere jetzt mal ein bisschen leben, beziehungsweise ich werde die Population nicht zu krass ausdünnen, denn die müssen sich erholen. Jetzt kommt ein Sturm. Peng, 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 peng. Schießt auf das, wer das schläft und es wacht nicht davon auf. Na, auf jeden Fall einen guten Schlaf. Es ist jetzt hier drin eigentlich kalt. Und 13 Grad, ja, ist schon recht frisch, ne? Feuer. Wo? Aber nicht bei mir. Ach, da oben. MP. Ah ja, genau. Das ist das Nächste. Man kann Zonen und Heimatzonen einrichten. Die er mir jetzt anzeigen sollte, genau. Überall da, wo ich gebaut habe, ist eine Heimatzone und auch da versuchen die natürlich zu reinigen und zu Feuer zu löschen. Vielleicht sollte ich für die Dauer der Zeit, bis die Forschung abgeschlossen ist, mal noch einen, wisst ihr, da löschen die das. Beziehungsweise es regnet eh, leichter Schneefall jetzt schon im September. Oh, leck. Oh, der Glamoury trauert. Der besucht das Grab. Das ist cool. Oh, Spawn kocht die ganze... Wieso lebt da ein Muffalo in meinem... Holy Crap. Wie macht er... Zur Hölle? Ist das zahm? Ach, Tatsache, das ist zahm. Ha! Das ist ja cool. Wachstum der Wolle. Hm. Okay, dann baue ich dem doch gleich mal einen... Ja. Und hier kann man nämlich auch... Äh... Tiere oder irgendwie so Tierzonen kann man dem irgendwie zuweisen. Dass das hier halt nicht mitten in der Kante rumläuft. Und das soll auf jeden Fall erstmal gehorsam sein. Boah, man kann den unleaschen. Ist ja geil. Ja, bring dem das mal mit den Beinen. Dann habe ich einen Kampf-Muffalo. Fighting the Muffalo. Geil. Kampf-Muffalo. Das ist ja cool. Ja, wenn es gehorsam ist, dann hört das auf mich. Cool. Das läuft hier rum. Ist ja geil. Jetzt muss ich aber nur nochmal rausfinden, wie man... Man kann auf jeden Fall Tiere. Genau. Ah, hier kommen wir die. Okay, das darf sich erstmal nur in der Heimat... Das darf sich nur in Tiergebiet... Ah, genau. Hier. Neues Tiergebiet. Oh, ne. Neues Tiergebiet. Genau. Und wie kann ich das jetzt festlegen, das Tiergebiet, wo das ist? Tiergebiet. Ja, wo ist denn das Tiergebiet? Kann ich das irgendwie über die Zonen machen? Anbauzone, Zone, Heimatzone. Kein Dach. Hm. Hm. Wie mache ich das? Also, das ist auf jeden Fall die Heimatzone, klar. So, Tiergebiet. Aber wie? Hm. Weiß ich nicht. Wie ich das mache. Mit den Zonen. Was haben wir denn da? Vielleicht finde ich das noch. Die können ja hier eh mal ein bisschen machen. In der Lagerzone nicht. Heimatzone. Ne. Kein Dach. Schneeräume. Erweitertes Gebiet. Hm. Keine Ahnung, wie man die festlegt. Werde ich mich belesen. Bei der nächsten Folge weiß ich's. Und da weiß ich's auch besser. In der Zwischenzeit kann der hier ein bisschen draußen rumroben. Oder im Haus rumroben, weil's einfach scheißegal ist. Okay, der Osborn forscht immer noch im Strom. Dann haben wir nämlich auch schon mal durchgehend Wärme hier drinnen. Schlechte Laune, ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber warum hat der schlechte Laune? Kolonisten nicht begraben. Wie sehen die die Warte auch? Ungemütlich. Dunkel. Ja, wird gleich besser. Hungrig. Alles. Hunger, Pipi, Kacka, Durst. Aber das ist nicht kritisch. Hm. Der pfeift sich jetzt einfach was richtig Gutes zu essen rein. Dann ist er gereiht. Jetzt geht er ratzen. Und dann passt das wieder. 68 ist der schon. Ja, wundert's mich nicht, dass der die ganze Zeit mies drauf ist. Ich könnte eigentlich in der Zwischenzeit mal anfangen, ähm, genau, neue Räume zu bauen. Nachdem die Anbauzonen hier eh, ich lass die jetzt aber mal, obwohl die wahrscheinlich, oh, eine Vorwärtskapsel, wahrscheinlich für den Arsch sind, Boomrattenfleisch, na immerhin, ähm, glaube ich, dass die vielleicht noch einen Sinn haben werden, wenn das Jahr früher später, nee, früher beginnt, wenn das nächste Jahr früher beginnt. So, das wollte ich eigentlich sagen, ne, Wortfindungsschwierigkeiten. So, wir bauen jetzt erstmal hier Strukturen aus. Und zwar bauen wir fünf, dann bauen wir mal sechs. Mal sechs Räume. So. Jetzt mal sechs Räume. Die müssten reichen. Das wird nämlich die neue... Das wird quasi die Siedlung, wo die ganzen Leute dann hier drin schlafen können. In der Mitte lassen wir eins frei. Ja, schlechte Laune ist jetzt nicht wild. Ich glaube, das ist jetzt eins größer geworden, ne? Oh, war doch nicht schlimm. Zack. 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 So. Das wird das neue Wohngebäude. Ah, ja, okay, wir haben massig Holz. Dann kommen überall natürlich auch Holzböden rein. Hier machen es richtig schick. Hier natürlich auch. Ich finde das so geil, wenn die die Böden klöppeln. Das Geräuste so. Finde ich super. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Dann kriegen wir natürlich auch alle noch Türen, Strukturen, Türen, Holztüren, Holztüren Holztüren reichen völlig aus. Außerdem wollen wir ja hier der Natur was Gutes tun und alles gut machen. Genau, hier natürlich holen wir uns die Rohstoffe, die wir gerade gebraucht haben, zurück, die wir die ganzen Bäume hier mal fällen. Hätten die wahrscheinlich auch automatisch gemacht, aber sicher ist es. Oh, ein Yorkshire Terrier. Eine Gruppe im Stich gelassene verwirrte Tiere, der Gattung Yorkshire Terriers in das Gebiet bekommen. Das ist gut. Oh, hier pennt schon ein, wo sind die denn, Besuchergruppe? Ah ja, Treue Tal, okay. Ja, cool, ne? Wo sind denn meine Tiere? Boah! Meine ganze Armee Yorkshire Terrier. Haha! Geil! Die wüsste ich eigentlich alle, die muss ich jetzt eigentlich alle zähmen, ne? Sind die schon zahm? Ne, sind noch nicht zahm. Okay, gut. Ha, cool! Eine ganze Armee von Yorkshire Terrier habe ich da. Haha! Das ist ja mal richtig geil. So, den tun wir natürlich alle auch trainieren, klar. Es wird zwar ein bisschen dauern, bis die alle trainiert sind, aber immerhin, ne? Geil! Oh, hier, der Ben, der schnappt die sich. Gut, das sind Yorkshire Terrier, die sind wahrscheinlich jetzt nicht so anspruchsvoll, was Training angeht. Die hat man... Hoppala! Die hat man gleich. So, haben wir den Boris. Ergeben. Oh, okay. Cool. Deutscher Namens-Generator. Melvin. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie viele das überhaupt sind. Äh, dass die auch Schlafplätze bekommen. Dann kriegen die nämlich... Dann können die... Ja, die können dann hier pennen, ne? Warte mal. Das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück. Und das heißt, wir bauen natürlich auch gleich mal. Einen haben wir schon. Oh! Dann bauen wir mal aus Terrier-Leder. Das wäre natürlich schon ein bisschen grausam, ne? Was ist denn das blaue hier? Ich glaube, das blaue ist Wildsch... Muffalo-Leder. Ja, da können wir auf jeden Fall was bauen. Das kostet 45. Muffalo-Leder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und das reißen wir ab. Dann können die hier pennen. Saugeil. Aus Muffalo-Leder. Da sind die Tiere mit Sicherheit super glücklich, dass die einfach mal besser schlafen als die Kolonisten. Oh, das ist üble Qualität. Naja, egal. Die sollen sich nicht beschweren. Die haben es gut bei uns. Das ist natürlich die Frage. Hat die Roman auch da im Ding drinnen. Geil. Nehmen die sich... Nein, die werden gefüttert vom Ben, nehme ich an. Das ist ja geil. Eine ganze Ladung Yorkshire Terrier. Das macht mich auf jeden Fall auch viel glücklicher. So, da kommen überall mal Lampen rein. So, das habe ich überall platziert. Genau. Ja, die Betten, die reißen wir dann einfach ab. Die können wir jetzt ja hier schon mal installieren. Die ganzen Blumentöpfe, die wir noch von früher haben. Nichts wird verschwendet. Da müssen wir nämlich nicht so viele nachbauen. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass wir da nicht so viele nachbauen müssen. Jetzt hält das unter Möbel. Ja, aber nicht Stahl, sondern Holz. Zack, 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 zack. Alles wird gut, alles wird gut. Ja, wir brauchen dann natürlich auch noch komplette Verkabelung. Das ist richtig. Zack. Einmal komplett rum um den Komplex. Dann schließt er natürlich auch hier an die Hauptversorgung an, logischerweise. Immer redundant. Immer redundant. Haben sie auf jeden Fall ein richtig cooles Bauprojekt. Ist da zum Teil noch kein... was ist das hier rum? Ist da kein Dach drüber? Achso, die Räume sind noch nicht fertiggestellt, deswegen ist da kein Dach drüber. Ja, haben sie das hier in gemeinschaftlicher Gemeinschaftsarbeit richtig gut weggehauen. Okay, da ist nichts. Jetzt müssen wir hier so einen Gehweg haben. Das Muffalo schläft bei den anderen. Alles klar, weißt du Bescheid, ne? Vielleicht reicht es ja dann hier zumindest für das eine noch. 15, wie viel ist das? 37, wow. Das ist eine ganze Menge. Aber es reicht tatsächlich nicht. Hat sich der Ben jetzt eigentlich schon alle gekrallt? Ja, fast, ne? Ah, da habe ich ein paar vergessen beim Trainieren. Ja, wahrscheinlich die, die sich der Ben noch nicht gekrallt hat. Oh, der Ben hat jetzt voll die Riesenarmee an Yorkshire-Arterien. Boah, boah, boah. Okay, das ist Sonnenfinsternis. Geil, jetzt habe ich gar keinen Strom. Großhändler. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Osborn, herkommen. Kein Strom. Okay, gut. Natürlich, wenn ich gerade keinen Strom habe, ist sowas. That's my luck. Vorratskapsel. Zack, was haben wir hier? Was ist da drinnen? Hallo? Verpiss dich, du scheiß. Eichhörnchen. Vielleicht soll ich mal Eichhörnchen zählen. Dann habe ich hier ein Eichhörnchenkolonie. Uh. Ja, ich habe einfach die besten Vorstellungen von Dingen. Jetzt frage ich mich aber dann, was ich aus dem Raum, das ist ja eher so ein Zentralraum. Ich glaube, da mache ich so einen Vergnügungsraum draus. Aber erst, wenn das hier drüben alles abgeschlossen ist. Und ja, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, Boah, hier drin ist halt auch finsterkalen, ne? Dadurch, dass ich keinen Strom habe. Ich hoffe, dass die Betten einigermaßen machen, sie nähern während der Sonnenfinsternis. Wird das natürlich auch nicht so. Oh, minus 13 Grad. Ich hoffe, dass die das nicht umbringen. Es wird auf jeden Fall ein sehr harter Winter. Brace yourself. Ja, schlechte Laune kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Hätte ich auch. Was die ganze Zeit kalt ist. Er fühlt sich entsetzlich. Der Kolonist nicht begraben. Verrücktes Tier. Oh, das Eichhörnchen. Es fällt jetzt dann wieder alle an. Ich hoffe, der Glamoury gewinnt im Nahkampf gegen ein Eichhörnchen. Oh nein, Piraten. Gerade jetzt. Und wieder drei Stück. Ich wollte auch mit der Folge aufhören. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall. Das ziehen wir noch durch. Soldaten sollen sich bitte wieder versammeln. Also Soldaten sind ja gar keine Soldaten. Das sind einfach nur irgendwelche Kolonisten. Die einfach irgendwelche Waffen in der Hand haben. Das hat nichts mit irgendwelchen Soldaten zu tun. Ach, da oben ist der. Okay. Warte mal, der Glamoury. Der Glamoury. Oh na, Kollaps. Dem geht es gar nicht gut. Aber der kann schießen. Und wenn der schießen kann, soll der sich mal lieber die Shotgun nehmen. Anstatt den billigen Scheißdreck hier. Geilen Schneemann. Voll geil. Wer hat den denn gebaut? Die müssen wir auf jeden Fall ausziehen und bei Gelegenheit auch begraben. Und dann wird die Stimmung hier immer unglaublich mies sein. Oh, hier mit der Armee. Ah, der schießt da unten schon auf einen. Okay, das ist gut. Dann soll der auch da unten weiter auf den schießen. Wo sind denn die anderen? Ach, da sind die anderen. Gehst du da meinen Waff verloren? Ich glaub's ey. So, du gehst jetzt einmal richtig schön, wie man es nicht macht. Ah. Ach den kaputt bitte. Danke. Jawoll. Einen ist schon mal weg. Die flüchten ja nach einer Zeit. So wie jetzt. Ha, da hat mein Muffalo den kaputt gehauen. Ganz genau, Muffalo. Darum habe ich dich. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, die sind jetzt natürlich erstmal alle zumindest leicht verletzt. Oh, Schuss. Nur gestoßen. Kratzer, Kratzer. Das ist kein Problem. Okay. Da kommt er auf jeden Fall durch. Okay, ja. Dann war's das jetzt aber auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei der nächsten Folge. Ich speichere jetzt noch. Nochmal Hinweis auf das Gewinnspiel. Wer gewinnen möchte, muss in jedem, in jeder Rimworld Folge, muss er gedings sein. Ne? Also. Haut rein. Bis dann, ciao. Ach, sie hat noch nichts zu essen vorbereitet. Das ist schade. Aber kann ich dir als guter Mann irgendwie helfen? Ja. Und wieder? Also. Ding. Ding. Bis zum nächsten Mal.